Willkommen zu Deutsch. Ja, bitte. Die Übersetzung auf Spanisch und auf Portugiesisch und vielmehr findest du in den Links. Nummer 20. Im Urlaub. Im Juli habe ich Urlaub. Ich muss nicht arbeiten. Ich fahre mit Freunden nach Italien. Ich habe alles online gebucht. Ich buche alles immer online. Wir reisen mit dem Flugzeug. Wir mitten ein Auto. Wir schlafen im Hotel. Wir machen viel Sport. Wir machen schöne Ausflüge. Wir gehen zum Strand. Wir gehen nachts aus. Wir haben Spaß im Urlaub. Ich wünsche dir eine schöne Reise. Ich wünsche Ihnen eine gute Reise.